Sie reparieren Ihre Autoradiosen Navigationsgeräte OEM Die heute verbauten Navigationsgeräte, Multimediageräte kosten richtig viel Geld. Dadurch, dass diese Geräte sehr viel Komfort bieten, sind diese natürlich auch anfälliger geworden. Es kann auch Sie treffen, dass Ihr teures Navigationsgerät plötzlich nicht mehr funktioniert. Was tun, wenn das Gerät seinen Dienst versagt? Die meisten fahren in Ihre Werkstatt und erklären das Problem. Die Werkstatt, der Werkstattmeister kann hier aber meistens nicht helfen. Deshalb bekommen Sie lediglich ein neues Gerät angeboten, das oftmals deutlich über 2000 Euro liegt. Wir meinen das muss nicht sein. Egal welches Gerät. Egal welcher Fehler. Fast alle defekten Geräte können wir reparieren. Dabei ist es egal ob das Display einen Sprung hat oder sich nicht mehr bedienen lässt. Oder das Gerät keinen Ton mehr von sich gibt. Oder Ihre Musik-CD oder DVD nicht mehr abgespielt werden. Auch heftige Fehler wie das Gerät geht nicht mehr an, lassen sich von uns reparieren. Fragen Sie uns was möglich ist. Wir sind gerne für Sie da. Wir bieten günstige Reparaturen Ihrer defekten Multimedia-Einheiten Navigationsgeräte im Auto an. Jetzt anrufen oder Webseite besuchen.